Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag. Top, top, top Kostüme. Habt ihr all die Kostüme ihr selbst entworfen oder? Nicht selbst gemacht. Ja, haben die für mich gemacht. Sieht nicht schlecht aus. Und welche Links aus welchen Spielen steht ihr genau da? Das sind die drei verschiedenen Rüstungen aus Twilight Princess. Sora Armor, der normale Link, Magic Armor. Nicht schlecht. Und ist das eure erste Gamescom und auch euer erstes Cosplay? Das dritte hier. Ich glaube, das ist auch das dritte Mal hier. Ja. Und habt ihr davor schon mal Cosplay-Erfahrung gemacht? Oder ist das das erste Mal, dass ihr euch in solche Kostüme werft? Ja, ich war bei der ersten Gamescom Prinzessin Zelda. Danach Blutelfe aus WoW und jetzt Sora Armor. Ja, nicht schlecht. Und was waren bisher eure Highlights so auf der Gamescom hier? Also bis jetzt haben wir den Flash-Mob von Nintendo mitgemacht. Daher auch die Kostüme so ein bisschen. Was genau war das? War eine von Nintendo geplante Aktion? Nintendo hat gesagt, kommt als Zelda-Charaktere an. Die ersten 111, die kommen und kriegen ein limitiertes Fan-Paket. Und habt ihr das bekommen? Ja, zwei haben wir abgestaubt. Habt ihr das auch gerade dabei? Könnt ihr uns das mal zeigen? Nein. Nur die Tasche? Moment, ihr habt auch eine Zelda-Tasche dazu bekommen? Ja, ja. Die gehört dazu. Ich bin ein bisschen neidisch. Wenn das, dann haben wir ein schwarzes und ein weites T-Shirt. Ich nehme auch mal an, dass ihr sehr zufrieden seid damit, ja? Ja, das ist sehr süß. Hier haben wir einen kleinen Deko-Tree zum Wachsenlassen. Die bekommen ihren eigenen Deko-Baum nach Hause. Das ist unglaublich. Und sonst noch ein Pin und das war's auch. Aber trotzdem? Ja, ich bin da vor dem Fernsehen. Wenn ihr wollt, kann ich das für euch in Opunt nehmen und euch nachher wiedergeben. Ja, ja.